Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege, wir spielen heute Oregon, Oregon, toll, was toll, mit Ventusen natürlich wieder, oder am schönen Dienstag, am schönen Dienstag. Am schönen Dienstag, ich hab die Tarnung immer noch nicht, das musst du ja auch wirklich nicht, das verlangt doch keiner, haha, lalalalalala, lalalala, 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 was ist das, heute ist Dienstag, die Folge kommt heute am Dienstag raus, wir haben, die Folge kommt wohl nicht am Mittwoch raus, die Idioten. Das passt ja nicht mit dem Plan. Übrigens, die neue Planung, montags gibt es live eine Folge Battlefield 1, um 16 Uhr, jedes Mal, außer es fällt jemand mal raus, dann werde ich euch noch daran erinnern, aber jeden Montag live um 16 Uhr eine Folge Battlefield 1. Und am Dienstag, jedes Mal eine Folge Rainbow Six Siege. Und am Mittwoch kommen spezielle Let's Plays wie Ark Survival, Evolve, alle zwei Wochen wechselt sich das dann ab mit, Evolve wechselt sich dann ab mit Ark. Und dann habt ihr eben halt alle zwei Wochen Videos, am Mittwoch, die speziell sind, und, äh, und, ähm, ja, werde ich sagen, aber ich hab überall ja verschiedene gemacht, deswegen. Und, ähm, dann würde ich sagen, ähm, ähm, äh, freut euch, und Donnerstags gibt es eine, gibt es ein Video von, äh, Battlefield 1. Und, ähm, 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 am Freitag gibt es eben halt... Am Freitag gibt es eben halt live Rainbow Six Siege so hat's ein kleine especial Oben nein es hat geleckt um fetcher um fetcher ich bin gleich wieder da bin ich wieder meine damen haben wir gewonnen nämlich kicken digga ja mach mal ja ja weil ich rekrut bin ich bin besser im rekrut als sonst was sind unten hatte ich hasse diese shotgun weil die hat kein spray er hat kein spray also keine streuung fasst die von gsg9 ok few ist gut ich habe den ab ich habe er nicht da dreimal band ist dahinter ja ich habe ihn dreimal angeschossen männer schrot hier ist der teamkiller trotzdem kriegt ihn ich glaube ich fick dich was ich wichse im jut ein alles klar gerne mal kann ich lieber die bahn haben das wie geiler was für idioten confused machst du mit zwei papi und die hier wie ist ist das unten nicht da unten anderes unten da wurde reingesprengt hast da ist er unten also gesagt ok warum hat der pro liga pro liga scheiße also die zahlung pro liga und binde unnötig du kaufst für 15 euro nur klamotten die weiß und gold sind ja meine waffe heißt scorpion und ja klar klar hier coventoso guck mal das ist die klaren tarnung guck mal so macht man das im rang guck mal so macht man das im rang man weiß nicht wo man hinpackt ok gut scheiße geworfen aber lass mal nach oben ja weiß ich doch lischen du geiler bock ok geklaut ok ventoso ok iq hey wie kann denn bitte iq tower sein ja 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 Ah, ich kann nicht, ja, oh mein Gott, wie ein Noob, ne? Ja, Pech gehabt, ist mir scheißegal, sie ist einmal scheiße, ja, meine Beine, aber ich hab jetzt, in die Mama, diese Brotchen, ich weiß nicht, sehe ich nicht, was ist das, und welche, 308 oder, also wir haben eben halt geguckt, ob wir 5,56 Millimeter oder 308er, und guckt, wird anders geschrieben, schön, dass ich für meinen Pudding keinen Löffel hab, geil, oder? Wir haben noch nicht, wir haben eigentlich entschieden, 308 jetzt, weil die geiler aussieht, weil sie größer ist, weil sie größer eben halt aussieht, Upsteor, ich liebe deinen Penis, Rook, sie haben Rook, und ich glaub noch Cavera, irgendwas so, Ich muss ja gucken, bleib mal stehen, bleib einmal stehen, wo ist eine andere Seite? Ja, das ist die richtige, Aber wo nicht, mute, Okay, da ist nichts, ich wollte nochmal gucken, Einmal so, Mann, geht doch schneller, habt ihr Smokes oder sowas? Ich nicht, Frost, Claymore, okay, easy, Von hinten Ja, Ja, aber von wo? Wird spoilt Okay, sie muss ja drinnen sein Okay Wo ist sie? Okay, ich bin ja drinnen sein... easy easy blackbeard ist irgendwie einfach finde ich oder wie findet ihr blackbeard schreibt es in die mediamarkt aber hin nichts mehr drin scheiße lr ist besser dann warte das passt ja die die frau kann es besser du kannst das ja auf dem mann stehen aber ich mag den mann nicht glaube ich es passt nicht die frau ist irgendwie geiler es passt einfach überhaupt nicht also mein shit hat viel geholfen ich habe keinen einzigen schaden bis bei mir gerade unten ja du kannst ja mal dort eine türme ne boss nicht ich habe ja selber dahinter ist käse im halt käse wand da ist nicht hier ist nichts guck wie dumm sind die eigentlich warum haben die eine luke dort und das bringt die bringt den ja auch nichts mehr gut dahinter hier ist auch nichts also es ist jetzt ich mach machen wir gleichzeitig also du machst okay warte bevor du zündest okay echo geh weg geh weg hey von wo denn hä okay die leute hacken irgendwie du wirst jetzt verhört und warum hat eigentlich echo toll viel spaß 4 happy das ab ok das war doch gut mit vier ja gut ich habe einmal mit einem hp noch ein ganzes team leider nicht aufgenommen aber mit einem hp ich habe besser er mit vier ich habe mit einem war deine tarnung ist auch schön für den kopf ist bloß echt auffällig ich glaube jetzt war wollte ich na danke man wir haben alpha pack ich habe ein alpha pack man mir mal auf und in der zeit kaufst du es dann wie man noch in dieser folge bis jetzt eine ganze woche warten bis ich das alpha pack aufmacht wir sehen uns bei einer neuen folge reymou sexy tschau mit vento so